Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2. Wir haben die Untergangskönigin Elana besiegt nach dem zweiten Versuch. Und ich bin so stolz drauf. Wir reisen erstmal nach Majula und gehen mal in unsere Seelen aus, bevor wir hier irgendwas irgendwie faxen machen oder so. Ja, diese elende Untergangskönigin, ohne Witz, die hat mir damals jeden einzelnen Nerv geraubt. Das ist mein absoluter Hassboss, Tatsache. Der absolute Hassboss. So, wir können jetzt 1, 2, 3, 4 mal aufsteigen, ja. So, wir gehen nochmal auf Stärke, machen hier Belastbarkeit nochmal ein bisschen mehr. Nein, die kann ich nur dreimal oder was? Ups. Ja, stimmt. Ist jetzt jeder. Okay, ähm. So. Das sieht gut aus. Bam. Okay, und Drachenrast hier, genau. Ja, äh, jeglichen Nerv hat dieser Boss mir damals geraubt, ja. Also, es war wirklich nicht schön. Ähm, bevor wir da in das Leuchtfeuer, äh, Leuchtfeuer, ja, durch den Nebel reingehen. Mal kurz, kurz abchecken, wie viel, okay, 11 Reparaturpulver haben wir. Also, ihr werdet gleich sehen, warum. Was? Was steht da für? Besucht rein, das Glück. Okay. Ja. Wie gesagt, ich saß heulend, wirklich heulend vor der Konsole. Die hat mich fertig gemacht. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, ich hab den, glaub ich, nur einmal gemacht. Vorsicht vor Gift, Bauch, was, was? Bauch und dann Hurra für Zufall, was? Vorsicht vor Gift, also Gift ist schon mal scheiße. Schwäche, Blitz, deshalb viel, aha. Blitz haben wir ja. Oh mein Gott, ich hab mich grad erschrocken. Okay, er rastet aus. Sinn der ruhende Drache. Come to me, come to me, come to me. Und er rastet aus. Okay, aber er... Oh shit, seht ihr das? Wenn wir zuhauen, geht unsere... Scheiß... Wahnsinn. Geht unsere... Ähm, nein, 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 bitte nicht. Ich drücke hier jegliche Dreck hier und es... Oh was, er fliegt? Wohin? Da so. Okay, wir sind gestorben. Oh mein Gott. Ja, ähm... Wenn wir auf ihn zuhauen, dann... Ich überlege gerade. Ja, egal. Ähm... Das wollte ich eigentlich auswählen. Begiften können wir die wahrscheinlich nicht. Wir gehen jetzt nochmal rein hier. So, wo liegen unsere Seelen? Da hinten irgendwie so. Wir sind hier so lang da, so. Oh, rennen, rennen, rennen. Ne, nur das Problem ist, unsere helle Bade geht halt mega schnell... Was? Mega schnell kaputt. Guck, du. Zweimal zugehauen und er rastet aus. Und er ist fucking schnell. Wahnsinn. Okay, er kommt jetzt, oder was? Oh. I don't see anything. Oh mein Gott. Ich sehe... Nichts. Nein, flieg doch weg. Wie wär's denn damit? Okay, das... Was, wie ich nicht treffe? Wie er burnt? Oh, was Gift und Feuer, oder was hier? Okay, unsere helle Bade ist gleich kaputt. Das ist scheiße. Okay, deswegen das Reparaturpulver. Oh, wow. Burn. Oh. Ob das Reparaturpulver alles reicht? Nein, hat er uns... Nein! Was ist los mit ihm? Was ist nur los mit ihm? Wir haben ja elf Reparaturpulver auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das reicht. Keinlich gesagt. Ähm, wir probieren's einfach. Wir haben eh... Wir haben gerade mal 4000 Seelen, die da jetzt rumliegen. Ist nicht schlimm. Wir laufen jetzt nach da hinten. Oh, wie viel Kilometer? Kilometer! Da ist er. Da ist er. Ja. Wie das Ding einfach zerstört wird. Kommt der Ange... Nein! Ich... 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 Ich seh nichts. Ich seh mal wieder nichts. Wo ist er? Kommt er jetzt wieder an? Nein, er beschießt uns mit Feuer und Gift. Nochmal, oder was hier? Was ist los mit ihm? Irgendwie, er einfach... Oh nein, er ist mal schön in die Giftwolke, oder was hier? Oh, habt ihr das... Habt ihr das gesehen gerade? Ganz schön episch von mir gerade gewesen. Ah nein! Jetzt fliegt doch nicht! Du dummes Ding. Komm, 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 komm. Erst mal wieder ran hier. An den... Was? Wieso trifft dieser... Wieso trifft der denn immer? Was? Warum? Ich überlege jetzt, ob Anvisieren überhaupt hilft, oder einfach die Kameraführung mit Anvisieren total kacke ist, weil irgendwie sehen wir da nichts. Ähm, ich benutze meine Menschlichkeit. Oh, wir haben nur 40 Stück. Na dann. So, Reparatur-Pulver. Warte mal, ich überlege gerade, ob wir noch einen Ring haben, der... den Zerfall unserer Rüstung verhindert, dass wir vielleicht mehrmals... verlangen Sie ab, den Zerfall von Ausrüstung. Genau, genau den, den legen wir jetzt mal an, statt... Nimmst du den Ring, den Ring... Oh, der Schlangenrin ist aber so gut. Ich... Ich verzichte auf Leben. Und... Was hatte ich gesagt? Knöcheln. Plus zwei. Gut, den legen wir mal an. Echt? Okay. So. Hier können wir jetzt noch Leute rufen. Aber wir probieren das jetzt mal schön alleine. Wo liegen jetzt unsere Seelen? Was? Er schreit. Oh nein. Eigentlich sind wir gestorben, ja? Ja, okay. Ich visier mal nicht an. Ah, seht ihr? Das ist schon mal sehr gut. Mein Gott. Ab und zu... bin ich sehr produktiv. Oh Gott. So. Komm hin, komm hin, komm hin, komm, komm. Na, warte. Wie er erwischt. Wie er einfach trifft. Das ist ja der Wahnsinn. Warum trifft dieser... Schneller. Trink doch bitte schneller. Mein Gott, was? Der ist verflixt nochmal schnell. Dieser elende Drache. Jetzt trink nochmal. Oh, ich hasse diese verzögerten Attacken. Die sind so ätzend. Ja, flieg, flieg. Ein kleines Flügelchen. Alter. Was ist denn los mit dem... Jetzt komm runter. Ich trink mal was. Oh nein, hier ist ja überall Gift. Verdammte Axt. Okay, er burnt jetzt hier. Oh man. Äh, wie lange hält denn die Giftwolke da? Und der brennt schon wieder. Nein, trifft doch bitte mal. Wie wär's denn damit? Okay, ich triff einfach mal Null. Oh, hab ich ihn erwischt? Ja, einmal. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Nein. Okay. Oh, oh. Ja, komm, komm, komm. Okay, er kommt. Oder was ist er jetzt unten? Nein. Er ist immer noch oben. Aber fliegt doch nicht so. Das ist doch der Drache, den wir tatsächlich zu Anfang gesehen haben, als wir ins Land gekommen sind. Nach Schulbar. So. Es ist jetzt immer noch... Oh. Ei, 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 ei. Okay, okay, okay. Ah. Mein Gott, bitte nicht. Oh, schlag nicht. Ich hab keine Ausdauer mehr. Verdammt. Was macht er denn? Ich seh nichts, was er tut. Okay, wartet mal. Ich benutze mal ein Reparaturpulver gleich. Wenn er wieder hier angetanzt. No! Okay, dann haben wir. Scha-scha-scha-scha-scha-scha-scha. Trinken. Bitte schneller. Danke. Oh, scheiße. Nein, bitte nicht. Trinken. Aber wir haben noch drei. Ich esse das. Nein. Wie? Wieso trifft dieser... Wieso trifft er denn immer? Das gibt's doch gar nicht. Okay, er brennt. Das ist schon mal sehr gut. Ich liebe es, wenn sie... Feuerspein, dann... Feuerspein, dann... Und wieder. So. Nein, flieg doch nicht. Gut Ding. Ich seh auch nichts, was passiert. Oh! So, komm doch. Wir haben ihn gleich. Ich würde es nicht verschreien, weil... Jetzt kommt er. Eieiei, der ist echt fucking schnell. Was ist denn sein... Wieso trifft er mit seiner verdammten... Oh, mein Gott. Oh, nein! Oh, nein! Das kann doch nicht wahr sein. Oh, mein Gott. Okay, das war ein bisschen mein Fehler. Ich bin schön reingerollt. Aber... Es klappt sehr gut mit dem... Also mit dem Zerfallring und der Ausrüstung... Wir können halt echt... Ordentlich auf ihn einkugeln damit. So... Scheiße, wo sind wir... Ah, da hinten. Okay. Ich vergiss manchmal echt, wo ich gestorben bin. Dann suche ich meine verdammten Seelen. Das ist total ätzend. Komm her. Nein! Wieso? Oh, denn ich hasse diese verzögerten Schläge. Das ist so scheiße. Ja, ja, ja. Dieser, 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 dieser Burn, 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 Burn. Ich trinke jetzt mal. So. Jetzt kommt er wieder. Nein, äh. Komm her. Nein, wie soll ich dieser Scheiße denn ausweichen? Mal ehrlich, wo ist er denn? Ah, hier. Ich trinke mal was. Was? Was hat der für eine Range, yo? Alles klar, Baby. Und jetzt, alter. Komm runter. Ey. Komm runter. Oh, nein. Wo ist er denn? Guck mal, wie er da steht und guckt, ey. Uh. Der wievielte Versuch war das jetzt? Vier? Ah, wieso ist der voll so verdammt schnell? Wo sind wir denn gestorben jetzt schon wieder? Da liegen unsere Seele. Komm, steh auf. Das ist schon wieder aus und zack. Das wissen wir schon und... Nein, was ist denn? Oh mein Gott, warum macht er denn sowas denn immer? Ich nehme jetzt ein Estos hier. Komm. Komm, 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 komm. Diesen Feuer, ey. Das ist so hässlich. Komm. Oh, jetzt hat er auf zu fliegen, du blödes Ding, ey. Oh. Ich dachte, jetzt macht er wieder diesen... diesen Ansturm. Alter. Wieso er immer viel schneller ist als ich? Ich check es nicht. Ja, bleib doch... Stell dich doch mitten in die Giftsuppe da. Wer ist denn da mit? Diesmal nicht, mein Freund. Okay, er brennt, er brennt, er brennt. So, da haben wir ihn ein wenig erwischt. Oh nein, schön in die Giftsäuche. Nein, ich... Dieses verzögerte Angreifen, das ist so fies, ey. Ich trinke. Und jetzt macht er wieder... Blam, blam, blam. Oh, bleib doch hier. Wie wäre es denn... Oh mein Gott, wie er immer wegfliegen muss. Oh, weil er Flügel hat. Ja, er zeigt mir doch, dass du fliegen kannst. Ich weiß, dass du ein Drache bist. Mein Gott. What? Ja, und hüpfen kann er auch noch. Oi, oi, oi. Ja, diese Attacke ist ganz doof. Ich mag es... Ich mag sie. Ich mag sie. Weil somit... Okay, die Hälfte haben wir schon. Okay, ich verschreiß wieder so krass. Wir werden jetzt gleich wieder drauf gehen. Ich trinke. Komm runter. So. Rauf hier. Und zack. Nein. Oh, geil. Oh, wie er immer wegfliegen muss. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Ja, 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 ja. Oh. Und ich treffe... Null. Ja, 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 ja. Und ich treffe nicht. Super. Hervorragend. Genau so muss das sein. Oh, der fliegt wieder. Ich seh nicht. Ich kann nicht sehen. So. Und natürlich. Er macht den... Headnut seines Lebens. Nein, wie lang er denn spucken kann. Och, das kann doch nicht wahr sein. Das ist... Oh, wie er am Ausrasten ist. Wie sich alle Haare gerade auf meinem Arm nach oben stellen, ja. Das ist... Oh. So, diesmal mein Freund, wo liegen unsere Seelen? Ich hab's wieder schön verpeilt, wo unsere Seelen liegen. Irgendwo da hinten so, oder? Da hinten. Hinter ihm. Was? Da hinten. Jetzt macht er den Storm-Angriff. Zack. Komm her, komm her, komm her. So. Komm, Baby. I can't see anything. Uh. Und er trifft trotzdem mit seinem dicken Mordgewicht. Und er schlägt sich. Ich trinke mal zwischen seinen Beinen. Oh Mann. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, er burnt, er burnt, er burnt. Und... Oh, jawoll. Nee, nicht. Jetzt konnten wir gerade echt gut Schaden machen. Wo ist er denn? Oh, wie weit er denn immer wegfliegt. Oh, und er fliegt wieder. Fliegt, kleines Vögelchen. Diesmal nicht, ey. Diesmal nicht. Ja, 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 ja. Das ist super, das ist super. Das ist klasse. Das ist mega. Oh. Haarscharf. Vorbei. So. Oh, was? Ich habe ihm... Ich habe ihm den fucking Schwanz abgeschlagen. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Toll, jetzt habe ich... fast gar keine Angriffsstelle mehr hier. Das ist ja kacke. Okay, 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 okay. Oh, scheiße, okay, wer... Scheiße. Kacke. Kacke, 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 kacke. Wo ist er denn? Nein. Ich... Wir müssen uns reparieren. Ganz schnell. Bitte, 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 bitte. Das kann es nicht wahr sein. Ich... Wir hatten ihn doch fast. Nein. Menschlichkeit. Wir hatten ihn doch fast. Das gibt es doch nicht. Toll. Und das hat trotzdem, glaube ich, jetzt ein Reparaturpulver verbraucht, oder was? Na, klasse. Na, dann. So, auf einen weiteren Versuch. Weizwürste schwimmen wir gleich nochmal. Na, das ist sonst alles... Oh, da hinten sind wir. Okay. Da sind wir gestorben. So. Dann stürmt er jetzt hervor. Und zack. Genau so. Nein, nein, natürlich. Wieso auch nicht anders? Das ist... Und er fliegt. Und er fliegt. Und er fliegt. Und er fliegt. Mal wieder. Weg. Ich kann sie. Eine Fing. Warum er... Meine Fresse. Oh, wir sind eh gleich tot. Beziehungsweise ich trinke jetzt und haue zu. Okay. Das mit zuhauen müssen wir nochmal üben. So, er verdammt schnell ist auch, ey. Erwischt haben wir ihn nochmal. Oh, ja, natürlich. Natürlich. Ich hasse sein verkacktes Feuer. Es geht mir... Mega auf den Sack. Und... Mein! Warum fliegst du? Du Elenor. Alles klar. Du mich auch. Wo ist er? Da. Komm runter. Was? Mit was hat er mich jetzt erwischt? Oh. Nope. Oh, 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 boy. Nein, ich will nicht in sein verkacktes Gift rein. Natürlich. Ich benutze es und er kommt sofort runter. Will er mich denn verarschen? Natürlich will er mich verarschen. Er will mich fertig machen. Er will mich fertig machen. Und ich war jetzt froh, wenigstens die Tante vorher mordsmäßig in den Arsch getreten zu haben. Aber was... Warum ist das so schwer? So. So. Wie wird das denn? Ja, ich speier Feuer und bin ein Ultra-Drache. Und er fliegt mal wieder weg. Das ist so... Zum Kotzen mit dieser verdammten Kacke. Lass mich. Oh. So. Jetzt ist mein Freund. Ohne uns hier. Was? Was? Wie? Der hat getroffen. Wie? Der hat getroffen. Oh, ja, klar. Natürlich. Natürlich. Es ist doch wieder zum Mäuse melken. Es kann und darf nicht wahr sein. Komm her. Ja. Was? Oh, hör doch auf. Wieso er immer mit seiner verkackten Pfote hier oder... Dings trifft, ey. Das ist... Das gibt's doch gar nicht. Ich will die eine Attacke. Dieses... Diese Brennattacke. Nicht diese, die andere. So. Komm her. So. Wichtigen Moment. Ja, ja. Genau diese. Auf diese habe ich gewartet. So. Wir müssen vorsichtig sein. Natürlich trifft er. Was ist denn sein fucking Problem? Ich benutze... Einmal... Das... Nein, du Spinner. Was ist denn... Wie? Er dreht sich. Seit wann macht er die Attacke? Seit wann kann er das denn? Immer können die anderen attacken, wenn ich hier versuche zu trinken. Ist ja lustig. Ähm. Ja, 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 ja. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Ja, lauf doch weg. Mal wieder. Oh, ba. Wieso er mit seinem vollen Gewicht wieder auf uns stehen muss. Und uns trifft auch vor allem. Das ist so... Oh, schau. Das ist ja... Ja, 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 ja. Es gibt es doch gar nicht. Ich kann... Da, 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 da... Da, da. So, jetzt... Nein, er brennt. Oh, scheiße. Wieso? Wie weit macht er das denn? Ich kotze! Wie er... Wie viel Wunder sind denn du? Alter! Wieso wir so langsam trinken müssen? Verdammt! So, na gut. Dann würde ich sagen, ähm... Werden wir in der nächsten Folge ihn weiterversuchen? Na, ich hab keine Ahnung, wie viele Versuche wir jetzt schon wieder gebraucht haben. Acht oder zehn sogar. Ich hab keine Ahnung. Na gut. Aber in der nächsten Folge werden wir ihn schaffen. Wir werden ihm nochmal den Schwanz abschlagen und kaputt machen. Genau das werden wir tun. Dann, ähm... Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Lasst mir ein paar Kommentare da. Kritik, Anregungen, Likes, wenn ihr möchtet. Und... Dann bis zur nächsten Folge Dark Souls 2. Bis dahin. Ciao!